Willkommen zu diesem Scaife Let's Play oder Test Run mal schauen. Da ich das Spiel eigentlich auf Englisch spielen wollte, nicht auf Deutsch, aber das Spiel gab mir anscheinend keine Wahl, obwohl ich es in Englisch runtergeladen habe. Spielen wir es jetzt halt in Deutsch durch meiner Muttersprache. So, so ziemlich wie Doomsein. Den letzten Doom-Teil habe ich gespielt vom Ausstauen her und von dem was man sieht. Ist auf jeden Fall ein First-Person-Shooter, schaut sehr fast paced aus und interessant was ich spürt habe. Dauer des Spiels ist ca. 12 Stunden, 20 Euro hat es gekostet, 14 GB zum Downloaden. Das sind mal die wichtigsten Infos. Die Musik ist ziemlich cool, ich habe sie ein bisschen leiser gestellt jetzt. Ich lasse es mal auf 45. Gehe in das Spiel hinein, nein, nein, nein in das Spiel hinein und werde es jetzt mal testen, mal schauen wie es ausschaut. Ich werde wahrscheinlich ein Let's Play davon machen, dass jetzt nämlich kurz ist und dass mich auf das nächste Spiel vorbereitet, das ich spielen will. Metal-Helsinger. Ja, mal schauen wie es ist. Vielleicht wird es ja doch, oh, kooperativ. Gibt es anscheinend auch, nein, Einzelspieler her damit. Okay, das wird bei Stray anscheinend. Speicheroptionen. Ja, wenn ich das Spiel auf Englisch hätte, oder es dann vielleicht doch Englisch ist. Würde ich es auf Englisch spielen? Ah, der Wurst of All. Das Schlimmste von beiden ist Deutsch und Englisch. Wie gibt es das? Und das Englisch war gerade ziemlich leise. Also es ist normal, wenn Leute eine tiefere Stimme ein Video spielen haben, sind die meistens leiser als die lauten oder hohen Stimmen. Die lauten Stimmen, ja, das gibt Sinn, das gibt Sinn. Oh. Also wir sind zu außerwählt, die Dämonen zu vernichten. Oh, ja. Wow. Ja, wir sind ziemlich schnell unterwegs. Die Spiele auf 110 Sichtfeld. Naja, vielleicht werde ich sie doch in beiden Sprachen spielen wieder und mich zu Tode foltern. Slip, Slide. Noch Slide-Taste. Und eben die Waffe vor dir und beginne. Die Stimme könnte ich fast lauter stellen, obwohl das eigentlich hier keinen Sinn hat. Wenn die so tief ist, wird die nicht viel lauter sein. Dialog haben wir schon fast ganz hoch. Sollte die Waffe nehmen, ist das eine Schottie? Ich spiele mit keiner Maus, Alter. Ich spiele mit keiner Maus. Danke, ich werde schon rausfinden. Okay, L2 ist Old Fire und das ist normales Fire. Ja, Nachladen gibt es keins. Was habe ich da gerade gedrückt? Okay. Haha. Okay, ich kann mir den Raum aussuchen. Nehmen wir links. Bumm, bumm, bumm. Ich hätte einen FPS-Countlein irgendwo dranhauen können. Läuft auf jeden Fall doch. Ja, wenn es so schnell ist, muss fast Musik laufen. Bumm, bumm, bumm. Sollte mir auch was durchlesen. Ah! Aber ich sehe gar nicht, ob ich da einen Countdown habe oder nicht. Das ist auf jeden Fall sehr fast-paced. Das ist schon mal cool. Naja, vielleicht spiele ich dann das doch. Wie nehme ich das? Das Leben. Das Leben. Nein, kein Leben. Okay, probieren wir mal ein paar Tasten drücken. Ah, Hupfen. Wichtig. Okay, Hupfen Slide. Solange es nicht so viel Parcours hat wie Doom, das hat mich am Spiel am meisten gestört. Okay. Ah, verdammt. Jetzt habe ich mich wieder darauf einreden lassen, das Spiel in beiden Sprachen zu spielen. Oh, die Nerven jetzt schon. Dead. Blutig. Gesicht. Leben verloren. Ich habe eine gewisse Anzahl von Leben. Hopp. Okay, das ist wie Metal Hellsinger. Da ist das, glaube ich, auch so ähnlich. Regeneriert sich das Leben? Regeneriert sich das Leben, indem ich Blut vom Gesicht wegwische? Warum habe ich das Gefühl, dass würde ich Leben regenerieren, indem ich Blut vom Gesicht weglösche? Gesundheit. Das sind Schrotmoniekugeln, oder? Ich habe gehört, dass es viel Backtracking geben soll. So cool wie das Lied ist, ich hoffe, das Spiel ist nicht durchgehend. Komm, komm. Ich glaube, es wäre ziemlich egal, in welcher Sprache ich das Spiel spielen würde. Wird nicht ein Story-lastiges Spiel sein. Mist. Mein Ziel mit der Waffe ist nicht das Beste. Oh, da kann ich runterfliegen. Oh, Blut. Nein. Leben verloren. Wie viel Leben habe ich? Ich sehe es längst. Muss ich irgendwo mein Hart einstellen, oder was? Das kann auch sein, dass... Und dass es da ran liegt. Raketen. Feuer. Ja, es wird sich nicht egal, welcher Sprache ich das Spiel spielen würde. Bäh. Ein wenig Gesundheit. Ich habe keine Ahnung, wie ich das regaleriere. Ah, okay. Ich weiß, wenn ich dann Zeit habe, schaue ich mir mal an, ob ich einen Hut einstellen kann. Ich habe ihn weggesniped. Die Fliegenden. Okay, danke. Die Fliegenden geben mir jetzt schon noch einen Zeiger. Also, ich habe das Spiel in Englisch runtergeladen. Habe ein wenigstens Einstellungen gesehen zum Verändern. Und den Text hat dann sie mir trotzdem in Deutsch gegeben. Komm, komm. Schöss. Dort. Ist das böse? Das ist böse. Eindeutig. Vielleicht kannst du es nicht killen. Leben. Not much, but a walk and food. Not a walk and food. Okay, back. Sliding gibt es auch. Aluschleuser. Ich spiele übrigens auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe. Ja, der Stützturm. Das bist du. Oh, das ist ein Booster. Okay. Wow. Wann wir die göttliche Stimme im Hintergrund haben, die uns leitet. Und wie viele Leben habe ich? Drei würde es hintergeben, oder? Und da gibt es einfach Checkpoints. Das ist ruhig. Einstellungen. Spiel. Oh, ja, 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 ja. Hat er. Okay, das hilft mir viel weiter. Sieben Leben, sehe ich das richtig? Okay. Okay, ich verstehe, was er meint mit nervigem Moderator, der eine Dieb, der das Spiel bewertet hat. Gut, kannst du mal die Fresse halten? Ich tue da mein Finger, okay. Einfach nur mal. Ja, die fliegenden Tiffen. Jetzt schon das Nervigste am Spiel. Oh, nein. Boink. Und die Musik ist weg. Wo ist der Musik? Hm. Oh. Oh, Gott. No, ich habe keine Grenzen. Komm, ich habe eine Runde. Oh, ich habe keine Grenzen. Bye. Do I pick up? Was ist der Wien da hoch? Bam, okay. Ich glaube, die Raketen setze ich nicht schauer. Schlau ein. Das Feld da drüben Leben reiner geriert. Moni, 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 Moni. Wow, that was entertaining. Ach, Gott. Ich... Ich kriege ab, Stimme. Ich schalte dich ab. Ich schalte dich ab. Nein, nicht ein Video. Drei Spiele bringen sie in 2K. Drei. Ähm. Dialog. Ich glaube, das ist zu wichtig, fast, falls er noch weitere Katzins hat. Ah, Mann. Ich hab's. Hab ich mich getroffen? Nein. Der Raketenwaffer ist auf jeden Fall nicht mehr eins. Ah, weshalb du Spaß hast. Das ist ja noch ein Fliegendach, verdammt. Das hilft dir nichts. Oh boy. Oh boy. Ah, das war es mit mir wieder. Die fliegenden Typen, die gehen gar nicht. Und die Musik ist weg, und die Musik ist weg. Was ist das für eine Flamme? Fünf Leben, okay. Wo bin ich jetzt? Das ist der Rückweg. Das war es schon wieder mit meinem Leben. Krass. Der Raum geht gar nicht. Der Raum geht gar nicht. Mein Name ist Cave. Der Raum geht gar nicht. Wirklich. Nicht mal im Decke. Ach, die Granate. Okay. Wir rennen durch. So. Gratulation. Ich bin einfach durchgerannt. So macht man es. Weiter perfekt. Wie weit sind wir schon drinnen. Kurz Audio Test. Oder Zeit Test. 16 Minuten. Wow. Das hängt zu mir wieder aus, weil ich umgewechselt habe. So lange die nicht pflegen, bin ich schon mal happy. Das ist Shotgun Muni, das heißt das. Yeah. Ich gucke mal aus, weil ich mir es auch unmöglich. So wie es mit dem Teil zu treffen unmöglich ist. Okay. Ich verstehe. Ich meine keine. Ich kann ja gar nichts zu kleinern. Die Fliegenden. Die Fliegenden sind schon mal näher als Rivalen. Wenn man die auch treffen würde. Wenig Gesundheit. Danke. Ich kann mich dann zu springen. Ich weiß Gesundheit. Und das. Und das. Bruder. Ich bin beeindruckt. Er ist ziemlich der Geister. Ha. wo sind mein leben drei leben ja die fliegenden typen habe ich ihn erwischt was jetzt das habe ich mir gedacht die fliegenden die sind so schnell die sind so schnell die sind so schnell oh gott ich hoffe die sind nicht in jedem level die fliegenden die bereiten jetzt schon angst morgen bin ich reingespawnt mit dem rücken zu den gangern die fliegenden die fliegenden die fliegenden die fliegenden die fliegenden sind so ohne sie kannst du nicht die fliegenden die fliegenden die fliegenden die fliegenden steigenden die fliegenden specknen die fliegenden die fliegenden die fliegenden die fliegenden der der wird Wird mir die Zone noch oder ich gebe halt das Leben zu wissen. Wow, nicht dass ich mich selbst bitte. Leben. Ja, weil ich die Dinger sicher treffe. Okay. Okay. Das ist jetzt ein Bosskampf? Oh ja, das ist ein Bosskampf. Trash. Just like me. Das ist ein fetter Typ. Oh. Den kennen wir doch aus anderen Spielen. Dämonen, der Trasher. Ander Trasher. Oh nein. Ach du wirklich. Wie viel Trash hat sie mit dir dagegen? Letztes Leben. Ja, das wird wohl nichts. Ich bin jetzt schon im Eimer. Oh, ich bin jetzt schon im Eimer. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich spiele das Spiel auf normal. Ja. 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 Mal schauen wo die mich hinwerfen. Wahrscheinlich ganz am Anfang. Ja. Nein. Ich will jetzt wieder 10 Leben. Echt jetzt? Wenn ich das überspringen. Trash. Ja. Du verstehst. Überspringen. Fortsetzen. Nein. Keine bespringen. Nein. Keine bespringen. Oh. Wo ist die Unterstützung? Wow. ich mag nicht meine chancen er ist schon beim rennen hupfen zerlegt spiel schwierigkeit normal ok das ist anscheinend extrem viel leichter hab ich verschrien hab ich verschrien mal schauen wie ich da noch mal starte ob der noch so viel leben hat oder ob er wieder volles leben hat ok verstehe gott die fliegenden typen die gehen gar nicht das sind zu extrem nervig und schwierig ich glaube die spawnen auch die ganze zeit sollte ich nur auf den fetten feuern und einfach im kreis rennen anscheinend ist das die taktik ja das ist die taktik ok oh der typ ist doch auch tot oh jetzt zurück zurück ok ok part 1 hier vorbei part 1 hier vorbei part 2 kommt dann bald irgendwann vielleicht bald so 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 so